Madrasa im Deutschen auch Medresse oder Medrese ist seit dem 10. Jahrhundert die Bezeichnung für eine Schule in der islamische Wissenschaften unterrichtet werden. Zu den Kerndisziplinen der Madrasa gehören F.I.Q.H. und Usul Al-F.I.Q.H. sowie Hadith-Wissenschaft, Arabische Sprachlehre und Koranwissenschaften. In einzelnen Madrasas werden auch andere Wissenschaften wie Logik und Mathematik unterrichtet. Die Madrasa wird üblicherweise durch eine fromme Stiftung finanziert. Dem Stifter steht es dabei zu, das Lehrprogramm sowie die Anzahl der Studenten, Lehrer und anderen Bediensteten festzulegen. Die Größe derartiger Madrasas variiert erheblich. Während einige nur aus einem einzigen Unterrichtsraum bestehen, umfassen andere einen ganzen Komplex von Gebäuden mit speziellen Räumlichkeiten für die Lehre, die Bibliothek, die Unterbringung von Schülern und Lehrer sowie für den Gottesdienst. Personen, die eine Madrasa-Ausbildung durchlaufen haben, erhalten häufig bestimmte Ehrentitel wie Mala oder Mafla wie Absolventen einer schiitischen Madrasa werden als Hatschat Al-Islam tituliert. Neben der spezifisch-terminologischen Bedeutung wird die Bezeichnung Madrasa im heutigen Arabisch auch allgemeinsprachlich als Bezeichnung für jede Art von Schule verwendet. Anfänge und Verbreitung Der Ausdruck Madrasa leitet sich vom arabischen Wert Darasse ab und betraf ursprünglich den Ort, an dem das Studium der islamischen Rechtslehre stattfand. Anfangs waren Moscheen, insbesondere Freitagsmoscheen, die wichtigsten Orte für die Vermittlung von Kenntnissen in dieser Disziplin. Im 10. Jahrhundert wurden im zentralasiatischen Khorasan mit der Gründung der ersten Madrasas zum ersten Mal spezialisierte Lernorte für islamisches Recht geschaffen. Eine der ältesten erhaltenen Madrasas in Zentralasien ist Chochah Mashhad im heutigen Südwesten Tadschikistans. Die Einführung der Madrasa im Irak erfolgte in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts als zwei Amtsträger des Seltschuken Reiches. Der Vesir Naizem Almuk und der Finanzminister Scharaf Almuk zwei Madrasas in Bagdad gegründeten. Naizem Almuk begnügte sich nicht mit der Errichtung seiner Madrasa in Bagdad, sondern gründete solche Schulen noch in mehreren anderen Städten wie Nishapuch, Mossul und Balch. Mit diesen als Nisamiyah bezeichneten Schulen erreichte das staatlich geförderte Madrasa-Wesen seinen ersten Höhepunkt. Im frühen 12. Jahrhundert gründeten Sunniten, die zu einflussreichen Positionen im Fatimidenreich gelangt waren, die ersten Madrasas in Ägypten. Zum wichtigsten Förderer der Madrasa in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurde Saladin. Er gründete Madrasas nicht nur in Kairo, sondern auch in den neu von ihm eroberten Gebieten Syrien, Palästina und im Heidschatz. Die frühen Madrasas waren alle entweder auf den schafiitischen oder hanafitischen Metabaus gerichtet. In traditionalistischen Kreisen, insbesondere bei den Hahnbeleiten, gab es noch lange Zeit religiöse Vorbehalte gegenüber der neuen Institution. Im Jahre 1234 gründete der abbassidische Kalif Al-Mustansir mit seiner Al-Madrasa Al-Mustansiri ja zum ersten Mal eine Madrasa, die alle vier sunnitischen Metabs einbezog. Später wurden solche vier Metab-Madrasas auch an anderen Orten, zum Beispiel in Kairo und Mekka, errichtet. Im 13. Jahrhundert wurde die Madrasa durch die Hafseiten und Meriniden auch im Maghreb eingeführt. Die erste Madrasa auf dem Gebiet des heutigen Tunesien war die 1258 gegründete Madrasat Al-Marat in Tunis. Auf dem Gebiet Marokkos war die 1285 Abouyous-Uflekoube errichtete Madrasat Asafa in die erste Bildungsinstitution dieser Art. Entwicklung in Südasien In Indien wurden die ersten Madrasas ebenfalls schon im 13. Jahrhundert gegründet. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde hier mit dem Dar-Sini-Sami einem Lehrcurriculum, das die Gelehrten von Farangimahal entwickelt hatten, die Madrasa-Ausbildung standardisiert. Sie umfasste neben Traditionswissenschaften auch rationale Wissenschaften. Zu ersteren gehörten arabische Grammatik und Syntax, Rhetorik, Rechtstheorie, Hadith-Wissenschaft und Koran-Exegese, zuletzteren Logik, Weisheitslehre, Theologie und Mathematik. Während der britischen Kolonialzeit kam es unter den muslimischen Gelehrten zu Diskussionen darüber, wie weit auch die modernen westlichen Wissenschaften in die Madrasa-Ausbildung integriert werden sollten. Während es in Farangimahal selbst diesbezüglich eine große Offenheit gab, waren die Gelehrten des 1866 neu gegründeten Dar-Ul-Ulum-Deoband erheblich zurückhaltender. Insbesondere Rashid Ahmad Gangohi, einer der Mitbegründer der Schule, lehnte die modernen westlichen Wissenschaften ab. Keine Vorbehalte gab es dagegen hinsichtlich der Verwendung der modernen Drucktechnik zur Verbreitung der eigenen Bücher. Entwicklung in Westafrika In Mali ist die Madrasa noch eine relativ junge Erscheinung. Die ersten beiden Einrichtungen wurden 1946 in Cayesu und Segu gegründet. Zwar standen sowohl die französische Kolonialmacht als auch später das Regime von Modibo-Kaita den Madrasas ablehnend gegenüber, doch hatten diese großen Zulauf. Im Jahre 1983 besuchten insgesamt 60.000 Schüler eine solche Einrichtung. 1985 wurden die Madrasas von der Regierung als Erziehungseinrichtungen anerkannt. In dem Dekret, das die Madrasas gleichzeitig dem Erziehungsministerium unterstellte, wurde die Mali-Shee-Organisation für Einheit und Fortschritt als Repräsentant der Madrasas in den Verhandlungen mit den staatlichen Stellen bestimmt. 1986 verabschiedete das Erziehungsministerium ohne Konsultation der Madrasa-Leiter ein neues Unterrichtsprogramm für die Madrasas, das neue einheitliche Prüfungen für das grundlegende Lehrdiplom vorsah. Für das Unterrichtsjahr 1987-88 erhielten diese Prüfungen zum ersten Mal obligatorischen Charakter. Schüler, die sich weigerten an den Prüfungen teilzunehmen, wurden ab 1988 von Stipendien für Studienaufenthalte im Ausland ausgeschlossen. Die Madrasa-Leiter protestierten gegen die staatliche Bevormundung und legten im September 1988 dem neuen Erziehungsminister einen eigenen Entwurf für das Lehrprogramm vor. Das Erziehungsministerium nahm diesen Entwurf an und schuf im gleichen Jahr für die Madrasa-Lehrer zwei Ausbildungsprogramme, die auch eine praktische Ausbildung vorsahen. Das eine Programm wurde von der Islamischen Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur betreut und finanziert. Das andere von dem islamisch-afrikanischen Zentrum in Chatham. 1989 wurde die Kontrolle der Madrasas dem Zentrum für die Förderung der arabischen Sprache, eine Abteilung des maulischen Erziehungsministeriums, übertragen. In den Ländern des Maghreb ist die Madrasa eine der drei Ausbildungsstufen der traditionellen islamischen Bildung, die zusammenfassend als Mahadra bezeichnet werden. Hierzu gehört die einführende Koranschule, die als Magtab oder Kotab bezeichnet wird. Sie beschränkt sich zunächst ausschließlich auf das Auswendiglernen des Korantextes und die Schreibung desselben. Zur Mahadra gehören ferner die werttiefende Ausbildung an der Madrasa und die religiöse Spezialisierung, die in der Zawiyah erfolgt. Siehe auch, Liste traditioneller islamischer Bildungseinrichtungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017